Unter dem Begriff Operation Hannibal versteht man heutzutage die Verwundeten und Flüchtlingstransporte über die Ostsee in der ersten Jahreshälfte 1945. Die deutsche Marine rettete Hunderttausende von Menschen, Soldaten wie Zivilisten, vor der Gefangenschaft durch die sowjetische Rote Armee. Im Rahmen dieser Evakuierung kam es zur tödlichsten Schiffskatastrophe aller Zeiten, dem Untergang der Wilhelm Gustloff. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Operation. Bis in den Herbst 1944 hinein beherrschte die Kriegsmarine die Ostsee vollständig. Sowjetische Großkampfschiffe zeigten sich bis Kriegsende überhaupt nicht und sowjetische U-Boote wurden durch Fangnetze erfolgreich im Raum Leningrad eingeschnürt. Erst als Finnland im September 1944 kapitulierte und die Fangnetze zerstört wurden, tauchten sowjetische U-Boote in der Ostsee auf. Zulande hatte die Rote Armee die Heeresgruppe Nord im sogenannten Kurlandkessel eingeschnürt. Personal- und Materialtransporte waren nur noch auf dem Seeweg möglich, weswegen die Kriegsmarine hier aktiv wurde. Schwere Einheiten wie die schweren Kreuzer Prinz Eugen, Lützow, Admiral Scheer und Admiral Heber kamen zum Einsatz und unterstützten das Heer mit Küstenbombardements. Die Hauptaufgabe der Marine verschob sich jedoch immer mehr in Richtung Versorgung und Evakuierung. Bis in die letzten Kriegstage hinein blieb die Ostsee eine hochaktive Kampfzone für die Kriegsmarine. Die Arbeiten in den Werften liefen auf Hochtouren, nicht mehr für den Dienst zur See benötigte Marinesoldaten wurden an Heer- und Waffen-SS abgegeben und als Infanterie eingesetzt. Die Evakuierungsaktion startete Ende Januar 1945, als U-Boot-Männer aus Gotenhafen in den Westen verlegt wurden, um sich von der Roten Armee abzusetzen. Diese erste Evakuierung wurde unter dem Decknamenunternehmen Hannibal durchgeführt. Dies war jedoch nur der Startschuss für eine gewaltige Transportaktion der Marine, die bis in die letzten Kriegstage hinein anhalten sollte. Die Verlegung der U-Boot-Männer endete jedoch in einem Desaster. Sie wurden auf dem ehemaligen Kreuzfahrtschiff Wilhelm Gustloff zusammengefasst. Flüchtlinge drängelten sich auf das Schiff und die ursprünglich nur für rund 1500 Passagiere ausgelegte Wilhelm Gustloff war am Ende wohl mit über 10.000 Personen besetzt. In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945 wurde sie vom sowjetischen U-Boot S-13 angegriffen und versenkt. Über 9.000 Menschen starben in den eisigen Fluten der Ostsee. nur 1252 Menschen überlebten. Über die Wilhelm Gustloff habe ich bereits ausführlich in Episode 2 berichtet. Die Städte Danzig, Elbing, Gotenhafen, Königsberg, Liebau, Memel, Pillau und Swinemünde wurden Anlaufpunkte für Flüchtlinge, die mit Schiffen nach Schleswig-Holstein gebracht werden wollten. Mecklenburg und Pommern wurden soweit möglich nicht angesteuert, da auf deutscher Seite bereits bekannt war, dass diese Gebiete nach Kriegsende unter sowjetischer Verwaltung stehen und vermutlich noch vor Kriegsende überrannt werden würden. Alleine im Januar wurden bereits 250.000 Menschen abtransportiert. Zwölf Schiffe mit insgesamt 12.600 Menschen an Bord, dies beinhaltet die Wilhelm Gustloff, gingen verloren. Der Flüchtlingsstrom setzte sich im Februar fort, speziell nachdem die Wehrmacht den Belagerungsring um Königsberg erfolgreich sprengte. Flüchtlingstransporte konnten nicht immer bis nach Schleswig-Holstein erfolgen und endeten teilweise schon in den bedrohten Städten Danzig und Gotenhafen. Am 9. Februar wurde das Transportschiff SS-General von Stäuben ebenfalls vom sowjetischen U-Boot S-13 versenkt. Hierbei kamen etwa 4.500 Menschen ums Leben. Im März wurde ein Verband, angeführt vom schweren Kreuzer Admiral Scheer, zum Kessel nach Wolin entsandt. Die Scheer sowie drei Zerstörer und ein Torpedo-Boot sicherten den Abtransport von 75.000 Soldaten und Zivilisten. In einer weiteren Aktion, diesmal in der Nacht vom 4. auf den 5. April 1945, steuerte eine Flotte kleiner Schiffe und Landungsboote die Ochshöfter Kempe an und evakuierte in einer Nacht über 30.000 Soldaten und Zivilisten. Am 16. April wurde das Transportschiff Goya vom sowjetischen U-Boot L-3 versenkt. Hierbei kamen etwa 6.000 Menschen ums Leben. Am 19. März 1945 gab Adolf Hitler den verbrannte Erdebefehl heraus, der großflächige Infrastruktur Zerstörungen im Deutschen Reich anordnete, um dem Feind nur noch eine Trümmerwüste zu überlassen. Rüstungsminister Albert Speer bekämpfte diesen Befehl aus der Reichsregierung heraus, da er eine wirtschaftliche Grundsubstanz für den Wiederaufbau nach dem Krieg erhalten wollte. In Karl Dönitz, dem Chef der Marine, fand er hier einen Verbündeten. Dönitz gelang es, den Befehl Hitlers so abändern zu lassen, dass Zerstörungen in Häfen und Marineanlagen nur mit seiner ausdrücklichen Genehmigung stattfinden durften. Dönitz stellte auf diese Art und Weise sicher, dass die Häfen und die für die Reparatur und Wartung notwendiger Marineinfrastruktur bis zuletzt intakt blieb. Ab Anfang April definierte die Kriegsmarine, dass 80% der Transportkapazitäten für militärische Zwecke und nur 20% für Zivilisten eingesetzt werden sollten. Dieser Anteil wurde wenig später auf 40% erhöht. Allerdings akzeptierten viele Kapitäne das Überladen ihrer Schiffe mit Zivilisten. Eine Schlüsselrolle in diesem Unternehmen nimmt Großadmiral und später Reichspräsident Karl Dönitz ein. Nach dem Krieg berichtete er in Vorträgen und Büchern ausführlich über die Rettungsaktion auf See. Dabei behauptete er, dass die Evakuierung von Soldaten und Zivilisten, also jeglicher deutscher Menschen, seit Januar 1945 im Zentrum seines Denkens und Handelns gestanden hatte. Deswegen hatte er auch die Kapitulation herausgezögert, um möglichst viele Menschen vor den Sowjets zu retten. Seine Worte nach dem Krieg und sein Handeln während des Krieges passen jedoch nicht ganz zusammen. Dönitz legte anfangs eindeutig den Schwerpunkt auf die militärischen Erfordernisse und hier vor allem auf Kampfeinsätze, nicht die Evakuierung. Treibstoff wurde für Kriegsschiffe und U-Boote reserviert. Zivile Schiffe, die für Flüchtlingstransporte hätten eingesetzt werden können, blieben so ungenutzt. Als die Rote Armee zum Beispiel am 23. März Danzig eroberte, lagen im Hafen viele Schiffe, die aufgrund von Treibstoffmangel nicht verwendet werden konnten. Stattdessen fuhren weiterhin U-Boote zur Konvoi-Bekämpfung gegen Großbritannien. Dönitz äußerte sich erstmals Ende April 1945 öffentlich zur Flüchtlingssituation. Am 1. Mai 1945 übernahm er das Amt des Reichspräsidenten und wurde damit Staats- und Regierungschef des Deutschen Reiches. In einer Rundfunkrede sagte er bezüglich der Situation im Osten folgendes. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Im Bewusstsein der Verantwortung übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für diesen Zweck geht der militärische Kampf weiter. Soweit und solange die Erreichung dieses Ziels durch die Briten und Amerikaner behindert wird, werden wir uns auch gegen sie weiter verteidigen und weiterkämpfen müssen. Die Anglo-Amerikaner setzten dann den Krieg nicht mehr für ihre eigenen Völker, sondern allein für die Ausbreitung des Bolschewismus in Europa fort. Trotzdem lag der Schwerpunkt in der Ostsee weiter auf militärischen Transporten. Am 4. Mai 1945 befahl Dönitz per Funkspruch, den auf hoher See befindlichen U-Booten alle Kampfhandlungen einzustellen. Und trotzdem gab Dönitz erst am 6. Mai, also zwei Tage später und nur zwei Tage vor der Kapitulation, die Treibstoffreserven, die für die U-Boote vorgesehen waren, für zivile Flüchtlingsschiffe frei. Viel zu spät, um noch Bedeutendes zu erreichen. Zeitgleich erreichten britische Truppen seinen Dienstsitz in Flensburg und eine Verteidigung mit vorhandenen Kräften war unmöglich. Offenbar wurde Dönitz erst jetzt klar, dass der Krieg nur noch wenige Tage weitergehen würde, weswegen er die für den jetzt nutzlosen und bereits eingestellten U-Boot-Krieg zurückgehaltenen Ressourcen der Transportmission zur Verfügung stellte. Nach dem Krieg versuchte sich Dönitz als Retter zahlreicher Deutscher darzustellen, der Zeit gewonnen hatte, um vielen Deutschen den Tod oder ein Leben unter sowjetischer Herrschaft zu ersparen. Dies war sicherlich Teil seines Denkens und seiner Zielsetzung, aber eben nur ein Teil. Hätte er es wirklich ernst damit gemeint, hätte er den sinnlos gewordenen U-Boot-Krieg viel früher eingeschränkt und den dringend benötigten Treibstoff für die Ostseetransporte zur Verfügung gestellt. Der letzte Flüchtlingstransport mit 18.000 Soldaten und Zivilisten verließ Liebau am 8. Mai 1945 um 21 Uhr, nur wenige Stunden vor der Kapitulation. Sowjetische Schnellboote durchkämpften nach der Kapitulation die Ostsee und zwangen abgefangene Flüchtlingsschiffe zurück in sowjetisch besetzte Gebiete. Es gab jedoch für rund eine weitere Woche Flüchtlingsbewegungen auf der Ostsee in Richtung Schleswig-Holstein, obwohl dies durch die Kapitulationsbedingungen verboten war. Laut Dönitz' Angaben wurden rund 2,2 Millionen Menschen über das Meer evakuiert. Aufgrund der chaotischen Situation in den letzten Kriegsmonaten und der praktisch permanent überladenen Schiffe ist jedoch eine genaue Bezifferung der erfolgreich geflohenen Menschen kaum möglich. Als gesichert gilt, dass 800.000 bis 900.000 Zivilisten sowie 350.000 Soldaten, also rund 1,2 Millionen Menschen, gerettet wurden. Mehr sind möglich, jedoch nicht nachzuweisen. Rund 1.000 Schiffe verschiedenster Art wurden für die Rettung eingesetzt. 158 wurden versenkt. Trotzdem gelangte die überwältigende Mehrheit der per Schiff transportierten Menschen in Sicherheit. Auch wenn ein Mangel an Verpflegung und medizinischer Versorgung eine erhöhte Todesrate unter Alten und Kindern auf den Schiffen verursachte und auch wenn einige Schiffe von den Sowjets versenkt wurden, lag die Todesrate des Schiffswegs deutlich unter der des Landwegs. Die Evakuierung übertraf in puncto Anzahl Geretteter die britische Evakuierung von Dünkirchen 1940 um ein Vielfaches, fand jedoch auch über einen längeren Zeitraum, dafür aber auch über eine viel größere Distanz statt. Die seemännische Leistung, die die Kriegsmarine und die Schiffsbesatzungen hier erbrachten, war und ist beeindruckend. Zu bedauern ist nur, dass mehr möglich gewesen wäre, hätte Karl Dönitz der Transportmission und nicht den von ihm so geliebten U-Booten den Vorzug gegeben. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020